Die patentierte Führung für Diamantbohrer sorgt dank zweier Saugnäpfe für sicheren Halt beim Bohren. Als Wasserkühlung fungiert ein nasser Schwamm, der in die Führung eingesteckt wird. Das Wasser verhindert Staubbildung beim Bohrvorgang und erhöht die Standzeit der Diamantbohrer erheblich. Ein einfacher Akkubohrer reicht aus, um präzise und saubere Löcher in härteste Materialien zu bohren. Mit den Diamantlochsägen von Wolfkraft gelingen Ihnen saubere Bohrlöcher von 5 bis 10 mm Durchmesser in härteste Fliesenmaterialien wie zum Beispiel Granit- oder Feinsteinzeug. Bohren Sie perfekte Löcher in Ihre Fliesen, schnell, ohne großen Kraftaufwand und ohne Staub. Das alles mit den Diamantbohrern von Wolfkraft und der dazugehörigen Führung.